ja hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen folge der mittelschweren sumo go probleme die diesmal hoffentlich für das ein oder andere deja vu erlebnis sorgen werden ich habe hier mal drei probleme aufgebaut bei denen jeweils schwarz am zug die weißen steine töten soll und wie üblich fangen wir mal links oben an da sieht man ja wenn schwarz jetzt mal nichts besonderes versucht dass der augenraum hier an sich doch groß genug ist um da drin oder damit zu leben aber es gibt vielleicht ein paar möglichkeiten hier für streit zu sorgen die korrekte idee ist der zug hier der den augenraum so ein bisschen zerstückelt erst mal aber der kann natürlich gefangen werden und wenn weiß das auch sofort hier in die tat umsetzt dann kann schwarz hier spielen und weiß kann ja hier nicht abschneiden wegen freiheitsnot und wenn er da fängt dann bindet schwarz eben an und das bleibt ein einzelnes auge für weiß was nicht zum leben reicht aufgabe erfüllt aber weiß kann hier noch versuchen dem schwarzen ein kompromiss aus den ritten zu leiern nämlich mit diesem zug hier dann kann schwarz natürlich die fünf steine hier fangen aber dann gibt es noch mal wieder hier ein atari und immerhin die hälfte der steine kann leben das ja schon mal ein teilerfolg für schwarz aber mit teilen geben uns hier nicht zufrieden und ja dieses problem hier sollte man schon kennen wenn man ganz die die finger von den leichten problemen lässt wenn man die leichten probleme aber auch macht dann hat man das glaube in der zweiten folge schon mal gesehen in etwa da gibt es nämlich diesen schönen zug hier weiß kann dann nicht hier spielen und nicht hier spielen weil das jeweils selbst atari ist er kann aber den stein natürlich fangen nur dann kann schwarz hier spielen und weiß kann jetzt eben nicht mehr auf b 19 gehen weil das wieder ein selbst atari ist und auch nicht hier also weiß kann die schwarze steine nicht fangen und schwarz kann dagegen in aller ruhe jetzt von außen hier sich an diese fünf hier annähern die fangen und danach sind die natürlich auch dort also dieses problem in etwa hatten wir schon da ist das die richtige lösung die aufgabe war eben erst mal zu der stellung zu kommen das ist natürlich mit diesem zug hier ja relativ einfach möglich da muss man eben etwas weiter gucken darum ist das diesmal bei den mittelschweren problemen gelandet auch die stellung hier rechts oben sollte aufmerksamen zuschauern meines kanals schon irgendwie bekannt vorkommen es geht wie gesagt darum die weißen steine zu töten hier sieht man egal was schwarz unternimmt er kann diese drei steine nicht mehr retten bzw von weiß irgendwie was fangen also die sind weg wenn weiß die natürlich schlägt und schwarz wieder rein spielt wäre das eben ein auge die aufgabe ist eben zu verhindern dass weiß hier ein zweites auge machen kann der normale zug sieht erstmal so aus und dann kann man hier noch umwiegen aber weiß hat dann gerade genug freiheiten um jetzt hier die schwarzen stein auf atari zu setzen und die auszufangen und dann halt zu leben war damit zu leben was haben wir dann an alternativen es ist in einer partie im mai vorgekommen da habe ich mal diesen zug gespielt dummerweise war da nicht so gut wie hier aber gucken wir uns mal an was jetzt hier passiert also wenn weiß dann natürlich hier spielt und schwarz könnte jetzt denken okay ich spiele hier hier und so dann ist das hier ein temporäres seki zwischen diesen beiden gruppen weiß kann also keinen dieser steine dieser punkte besetzen er könnte natürlich hier hingehen aber dann kann schwarz eben hier das semiai gewinnen und danach dann auch hier reingehen und die gruppe wäre tot also wenn schwarz eben diesen zug hier spielt kann weiß aber dann hier antworten und da ist außen leider noch genau genug platz um irgendwie hier raus zu kommen also der geht auch nicht weil dann ja die schwarzen steine gefangen werden aber schwarz kann hier spielen und jetzt hat weiß irgendwie ja keine wirklich guten züge mehr sowas spielt sowas und dann vielleicht hier dann kann schwarz einfach hier hinten die fünf steine auf atari setzen und gewinnt dann natürlich das hier geht auch nicht weil jetzt so einwürfe hier nicht funktionieren und weiß hat aber noch diesen zug könnte man meinen danach deckt schwarz aber einfach und wenn weiß jetzt da oder da deckt dann haben wir wieder so eine ähnliche stellung geben dass diese steine hier schneller gefangen sind als die und der erste zug hier von weiß bringt eben noch nicht viel weil schwarz erst nach dem zweiten zug wieder hier rein spielen musste seit jetzt eben zeit die rein zu gehen hier die freiheit zu nehmen und danach dann hier rein zu gehen und das gleiche natürlich sowieso beziehungsweise noch weniger aussichtsreich fische für weiß aber weiß kann natürlich hier sofort atari geben und ja das ist auch im prinzip die technik mit der ich damals in der partie die ich jetzt hier nochmal oben verlinkt habe gerechnet habe denn jetzt kann schwarz hier spielen und danach hier rein und wenn weiß deckt gibt es wieder atari und ja die gruppe ist halt tot ja in der partie die ich hier verlinkt habe hat der gegner allerdings die chance gehabt auf eine andere variante noch abzubiegen aber das könnte euch dann ja noch mal angucken wenn es euch interessiert und das zu den beiden eventuellen deja vu erlebnissen jetzt also das war hier auch schon die lösung der zug und dann der jetzt kommen wir mal zu der stellung hier unten rechts ein schwarz am zug irgendwas hier spielt so zum beispiel so dann kann er zwar ziemlich viele steine fangen aber der größere teil der gruppe lebt so natürlich das gleiche herzzug sieht schon deutlich schlauer aus aber dann weiß jetzt hier spielt dann ja und hier zum beispiel dann schwarz den einstein an ihr fängt dann kann auch der rest der gruppe wieder leben schwarz kann hier immerhin noch hier um biegen dann ist das hier auch kein auge mehr nur dann muss weiß jetzt aufpassen dass er nicht hier spielt und dann wäre das atari und die gruppe tot aber wenn weiß erst hier spielt dann muss schwarz hier decken sonst wäre das ein auge und wenn er das tut dann hat weiß jetzt sogar die möglichkeit hier anzubinden weil jetzt muss schwarz ja hier zurückkommen und dann ist das nächste problem hier sicher zu leben das geht jetzt hier wenn es einigermaßen offen ist auch so wenn aber zum beispiel ja vielleicht hier noch ein stein stünde dann wäre der schon wieder sehr riskant weil jetzt würde das zu einer band vor werden hier und da außen klappt halt nichts sicher ist sicher sollte man sich denken und sofort hier spielen dann hat man ein auge sicher also sprachliche glanzleistung und das andere eben auch ja also zurück auf start hier wir hatten ja jetzt ein paar mal gesehen dass dieser stein hier für weiß relativ wichtig ist wenn man mal selber gucken ob man das spielen kann jetzt weiß hier spielt dann spielt schwarz natürlich nicht hier weil dann wäre da ein stein wieder weg sondern jetzt kann er hier spielen und dann anbinden und hier reicht es nicht mehr für zwei augen wenn er so spielt spielt schwarz hier und gewinnt das semi und der gruppe ist auch dort und das gleiche ja auch wenn er so spielt in anderer zugreihenfolge nur ja und dieser zug ist dann auch schon die richtige lösung hier gibt es jetzt keine möglichkeit mehr für für weiß zu leben also das reicht halt nicht hier ist entscheidend dass man die freiheitsnot von weiß erkennt und diesen abtausch zum beispiel hier wäre der zug ja nicht möglich dann könnte weiß einfach hier spielen ja aber dadurch dass weiß eben so ein bisschen irgendwie in die wand rein gerannt ist könnte man sagen ja da eben sich hier selber eine freiheitsnot aufgebaut ja und mit dem zug p2 ist weiß eben tot das waren auch schon die probleme ja ich hoffe die probleme haben euch gefallen und die wiederholungen hier oben bei den zwei problemen waren jetzt nicht irgendwie langweilig sondern haben vielleicht doch eher den lerneffekt verstärkt ja schreibt mir gerne in die kommentare was er von den problemen oder von problemen allgemein haltet ob ihr lieber partien von mir seht oder vielleicht auch mal profi partien etwas detaillierter besprochen als letztes mal ich hatte mal jetzt eine wo es aber eher um das zumo ging was da drin vorkam und dann schaue ich mal was ich von euren wünschen erfüllen kann ansonsten freue ich mich immer über einen daumen hoch und abos sowieso aber das habt ihr alle schon gemacht nicht wahr und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis dahin ja ich hoffe euch haben die probleme gefallen und der lerneffekt war nicht langweilig hier